Das Leben hängt nicht von Aktienmarketen, von Autos, Flugzeugen usw. ab, sondern von 20 bis 30 cm Krumenboden, landwirtschaftlichen Krumen und dass es ab und zu regnet. Davon hängt das Leben, aber wenn das nicht der Fall ist, aus. Und diesen Boden zu erhalten, die Fruchtbarkeit zu erhalten, das ist das Wichtigste.